Die EU-Innenminister streiten über die Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen. Einig sind sie sich darin, Hilfsorganisationen zu stärken und die Nachbarländer Afghanistans bei der Flüchtlingsaufnahme zu unterstützen. Umstritten ist aber, wie viele Afghanen in der EU unterkommen sollen. Jakob Mayer, WDR Brüssel. Im Entwurf für die Abschlusserkehrung heißt es, unkontrollierte illegale Migrationsbewegungen wie in der Vergangenheit sollten verhindert werden. Im Text wird allerdings auch auf die Möglichkeit verwiesen, Menschen im Rahmen sogenannter Resettlement-Programme aufzunehmen, auf freiwilliger Basis. Nach den Worten von Bundesinnenminister Horst Seehofer bekommen in Deutschland Ortskräfte und besonders Schutzbedürftige eine Aufenthaltserlaubnis. Darüber hinaus will sich der CSU-Politiker nicht festlegen. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn verlangt, den Menschen aufzunehmen, die in Lebensgefahr sind. Asselborn kritisierte die Haltung Österreichs und Sloweniens, das den EU-Ratsvorsitz innehat. Beide Länder lehnen die Aufnahme von Migranten aus Afghanistan ab. In Berlin wird der 60. Geburtstag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens gefeiert. Bundeskanzlerin Merkel würdigte die ersten Zuwanderer aus der Türkei. Damals hatten es die Menschen, die zu uns kamen, wirklich nicht leicht. Ab 1961 kamen hunderttausende türkische Arbeitnehmer, sogenannte Gastarbeiter, in die Bundesrepublik. Die Staatsministerin für Integration, Wiedmann-Mautz, erinnerte daran, dass Zuwanderer damals keine Integrations- oder Deutschkurse bekamen. Sie forderte, aus der Geschichte zu lernen. Wir müssen auf Integration von Anfang an setzen, mit der klaren Haltung, dass 83 Millionen dazugehören, dass wir eine Einheit in Vielfalt sind, die niemanden ausgrenzt. Auch Kanzlerin Merkel machte klar, dass die Mehrheitsgesellschaft den Migranten auch eine Chance geben müsse. Miteinander, das ist das Ziel der Integration. Integration kann keine Sieben-Generationen-Aufgabe bleiben, die nie abgeschlossen ist, weil man nicht Klaus oder Erika heißt. Jetzt weitere Meldungen. In Bayern gelten ab übermorgen völlig neue Corona-Regeln. In dem Bundesland spielt die Sieben-Tage-Inzidenz dann keine entscheidende Rolle mehr. Stattdessen gilt zum Beispiel für öffentliche Innenräume grundsätzlich die 3G-Regel. Nur wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist, darf sie betreten. Ausnahmen soll es für den Handel und den öffentlichen Nahverkehr in Bayern geben. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer geht davon aus, dass die meisten Hochwasseropfer im Ahrtal ihre Häuser am ursprünglichen Ort wieder aufbauen können. Die SPD-Politikerin sagte im Landtag in Mainz, dass es aber auch Gebiete gebe, wo die Gefahr zu groß sei. Fahrradkuriere des Essens-Lieferdienstes Lieferando fordern einen deutschlandweiten Tarifvertrag. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten sieht er einen Stundenlohn von mindestens 15 Euro vor. Außerdem soll es Zulagen für Schichten am Abend, an Sonn- und Feiertagen und einen sechswöchigen Urlaubsanspruch geben. In einer privaten Altenpflegeeinrichtung in Enger im Kreis Herford gab es gestern Abend einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Ein Pfleger hatte den Notruf gewählt, weil er sich überfordert fühlte. Thorsten Knappe, WDR Bielefeld. Zu viele Bewohner, zu wenig Personal. So der Vorwurf des Mannes, der in der Nachtschicht in der Altenpflegeeinrichtung eingesetzt war. Polizei, Notarzt und Rettungskräfte überprüften daraufhin die Einrichtung. Die Aufsichtsbehörde des Kreises Herford hat heute als erste Maßnahme einen Aufnahmestopp für neue Bewohner verfügt. Weitere Maßnahmen sollen folgen. Zudem haben Angehörige heute Strafanzeige gestellt, wegen unterlassener Hilfeleistung gegen die Betreiber der Pflegeeinrichtung. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Der Abend ist mal sonnig, mal wolkig bei 13 bis 21 Grad. Morgen startet der Tag örtlich mit Dunst- und Nebelfeldern, wird dann aber sonnig. Olpe kommt auf 18, Essen auf 20 und Dienstlaken auf 21 Grad. Das war WDR aktuell.